Lars, das ist dein Arbeitgeber. Für später, ne? Das ist dein Arbeitgeber. Ja, ein richtig modernes Start-up-Unternehmen ist das. Also richtig. Also richtig. Mit Siebträgermaschine und so weiter. Also richtig. Coworking-Spaces und so. Nur damit du mal weißt, pass auf, ich lese dir mal drei Sätze vor, lieber Lars, wenn du mal ein Gespür hast, wer dein künftiger Arbeitgeber ist. Steht genauso drin, unzählisch und nicht verändert. Der Tod. Der Tod. Der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit. Ist nicht verändert. Ist nicht verändert. Ja? Ja? Also es ist schon eine starke Form der Dienstunfähigkeit. Ja? Also wenn Sie tot sind, Sie müssen sich überlegen, ob Sie zum Dienst kommen. Ja? Überlegen Sie sich. Ja? Sie sind tot. Also überlegen Sie sich wirklich relativ stark. Überlegen Sie sich, ob Sie kommen. Also den Schülern wird der Unterschied vielleicht nicht auffallen. Ja? Aber überlegen Sie sich, ob Sie kommen. Besteht ein Personalrat aus einer Person, erübrigt sich die Trennung nach Geschlecht.